Herzlich Willkommen zurück zu Schicksalsklinge HD. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, negative Effekt Hübelkeit ist nämlich eine Seekrankheit gewesen. Wir haben das erste Mal unser Schiff selber benutzt. Haben es sogar schon was ausgerüstet. Man kann da ganz viel mit machen, angeln gehen und Fisch und was weiß ich alles. Interessant werden zwei Piratenangriffe gehabt und ja, sie ist seekrank geworden. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. M, hier waren wir wohl noch nicht gewesen. Alles klar, wir sind jetzt auf, ich kann das mal kurz auf der Weltkarte zeigen, in der letzten Folge mit unserem Eigenschiff von Torval runter nach Ephedon. Ich glaube, wir waren in Merske schon. Wir hatten ja irgendwie von hier oben eine Riesenreise von Witzland gemacht, runter nach Merske und sind dann, glaube ich, nach Norden Richtung Torval wieder. Jetzt gucken wir uns in Ephedon in der Folge ein bisschen um. Vielleicht gibt es da ja irgendeine Quest oder dergleichen. Was aber auf jeden Fall hier ist in Ephedon ist, zack, wir haben einen Hinweis hier auf das Attentat. Ihr erinnert euch diese seltsame Gauklerpärchen, was uns da überfallen hat mit den anderen Söldnern. Der Überfall auf uns war geplant. Im Schreiben fanden wir Namen und Orte der Kontaktmänner. Koruma, der Ergraute, soll sich in Ephedon befinden. Da werden wir jetzt heute mal nachschauen, wo dieser Ergraute wohnt. Wir können sehen, was wir hier noch so haben. Hier Marktstand. Hatten die auf? Nein, es ist zu spät. Die haben nur bis mittags auf. Okay. Das war von hier. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier haben wir eine Herbe, Veteranen. Achso, wir sind wieder in der Stadt unterwegs. Da wechseln wir doch gerade mal die Personen durch. Oben von Salsa. Ja, die ist auch wieder nicht so flüssig wie die... Also die kleineren Orte haben mehr Probleme als das große Torwahl. Klar, man fängt den Torwahl an, da haben sie am meisten sehr wahrscheinlich reingesteckt. Kapitän Mairos. Ja, ja, die Kneipen werden wir alle schon gleich besuchen noch. Ja, abgesehen von ein paar Stockern ist es schon flüssiger zu rennen. Ein Heiler? Das stimmt nur noch Quacksalber. So, und hier nochmal durch. Es versucht jemand, uns zu bestehen. Aber als wir ihn bemerken... Lump, lass deine Hand bei dir! Ihr bemerkt, dass einige Menschen... Was seid ihr denn für Schweine? Na gut. Wir sehen ja schon, dass hier irgendwas Goldenes ist. Haus des Imanmannes. Aha. Haus am Rande der Stadt. Wichtige Punkte. Aber wir werden erst in eine Taverne gehen, in eine Kneipe. Und uns ein bisschen zu durchfragen. Vorher könnten wir aber mal schauen. Jukul der Schwarze. Den Kräuterhändler. Da ist ein Waffenladen. Obwohl wir brauchen eigentlich gerade gar nichts. Es sei denn, wir müssen ganz viel Proviant kaufen. Aber ich glaube, das macht er durch Fischfang. Vermute ich, das Schiff. Jukul der Schwarze. Okay, in welche Kneipe gehen wir? Kapitän Mairus? Oder die Taverne Feuer und Wasser? Obwohl, da könnte noch was sein. Schauen wir uns das noch an. Da ist noch eine. Acht Jahre Zuchthaus. Okay, gehen wir mal da rein. Hallihallüchen. Ich würde gerne mal ein bisschen quasseln. Ja, okay. Bla, 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 bla. Ein paar Informationen. Keine Spione. Kennt ihr zufällig Kurumor? Ein F-Verdot. Uh, super. An der Theke winkt ein bornländischer Händler mit einem leeren Bierkrug. Äh, entschuldigt, ich werde gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier, ein erstaunlich gutes Gebräu. So, da wollte ich jetzt nicht reinquatschen in ihm. Das hätte das alles ein bisschen überschnitten. Darum, ihr meint bestimmt Kurumor, unseren Alchemisten. Der ist mir wohl bekannt. Und wenn sein Haus nicht binnen der letzten beiden Stunden in Flammen aufgegangen ist, und was bei solchen experimentierfreudigen Experten irgendwann passieren muss, steht es immer noch am östlichen Stadtrand. zwischen seinem Wacholderstrauch und dem Eselkarrn. Das wird zum Beispiel nicht das sein mit Haus am Rande der Stadt, was wir da gelesen haben. Das war für jetzt ein Gruß. Nein, danke. Wir zahlen immer selbst. Na, dann eben nicht. Noch immer geht es in der Kneipe zu. In der Taverne umsehen, weil wir gerne nochmal... Taschendiebstahl gerne machen würden. Da wir so eine nette Information von dir bekommen haben, wollen wir doch mal ein bisschen Geld reinholen. Oh, sechs Silbermünzen, das hat nicht so gut geklappt. Ein Dukat ist da schon schöner. Und... Nochmal ein Dukat. So, jetzt ist es zu später Stunde. Ideal, um in Häuser einzudringen. Oder so viele Leute uns nicht mehr sehen, wenn wir jetzt irgendwie mal mäuscheln müssen. So. Haus am Rand der Stadt. Das ist der Osten. Das wird das sehr wahrscheinlich sein. Ich habe es mir schon vermutet. Das ist auch sehr schade, ne? Dass es vorher schon golden ist. Dass ich schon weiß, ah, da ist was. Für den Early Access oder so ist das gut, um Sachen zu finden oder dergleichen. Aber... Dass das Spiel, das mir vorher schon sagt, da wird was passieren. Das ist nicht gut. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Quick Save. Das eindrucksvollste ist jedoch die lebensgroße Figur eines Esels rechts vom Weg. Dieser wirkt fast lebensecht, detailliert. Nun wird derzeit von einer Amsel, welche euch vergnüglich wippen mustert, als Aussichtspunkt genutzt. Umsehen einfach. Wir könnten uns erstmal umsehen, da wir wissen, dass der irgendwie was damit ja zu tun hat. Vielleicht gucken wir uns erstmal um, bevor wir klopfen. Vorsichtig steigt ihr über die Blumen... Oh. Skill Magiekunde wird da erfragt. Wirklich? Das ist interessant. Okay, lesen wir mal weiter. Das weiß ich ja noch nicht. Ich hatte jetzt Angst gehabt, dass jetzt Schleichen kommt oder sowas. Und ich hätte vielleicht alleine mit Chojin reingeben müssen. Vorsichtig steigt ihr über die Blumenbeete und betretet den Rasen. Dieser Esel sieht wirklich erstaunlich echt aus. Ihr seht ihn euch genauer an. Wenig erfreut darüber, verlässt die Amsel hastig ihren Aussichtsplatz und fliegt wüstschimpfend davon. Hm. Magie, flüstert Nahema. Der war nicht immer aus Stein. Wir sollten vorsichtig sein. Hör. Penetritzel. Ne, nicht Penetritzel. Ähm. Äh. Komm nicht drauf. Ihr wisst euch meine Versteinerung ist Sauber. Ähm. Ähm. Tür und den Nachbarn, der euch von nebenan freundlich, misstrauisch und vor allem laut ein Swafnir zum Gruß der Fremde ruft. Ja, jetzt müssen wir wohl klopfen. Aber wie gesagt, der... Wir können das mit diesem... Was wir alles könnten und wären, wäre nicht im Hinterkopf immer dieser Zeitdruck, dass wir die Hauptstory durchspielen müssen, weil sie unter Zeit geht im ersten Teil. Im zweiten können wir uns ja unendlich viel Zeit lassen. Das ist das Schöne daran. Wir werden uns das allem noch widmen, auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall, auch wenn wir durch sind, in eine Komplettlösung reinschauen und wir schauen, dass wir alles miterleben, was irgendwie noch geht. Also, ein Riesen-Let's-Play, wie gesagt. Uh, nett. Ihr klopft. Und als ihr euch schon wieder abwenden wollt, öffnet ein alter, bärtiger Kerl die Türe. Hä? Die 13 zum Gruße. Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Sollte ich euch kennen? Irgendwie erinnert mich an jemand. Aber an wen? Hm. Gut. Was haben wir? Martialisches Aussehen. Unangenehmer Geruch. Schwer bewaffnet. Unterdurchschnittlich intelligenter Blick. Danke, Arschloch. Offensichtlicher Hang zur Gewalt. Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass es sich bei euch um engagierte Söldner oder dreiste Mordbuben handelt. Die hättest du uns auf den Hals. Wir kommen wegen der Assassinen. Ihr wolltet unsere Kartenteile. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt wirklich unsere Kartenteile wollen. Wir verkaufen diese modischen Lederjacken. Haha. Indiana Jones. Den Butler eine runterhauen. 13. Du blasphilmischer Bastard. Ihr habt den Auftrag erteilt. Ihr seid doch Alchemist. Ähm. Wir kommen wegen der Assassinen. Ihr seid doch Alchemist. Machen wir erstmal auf dumm. Aber wer sollte mich umbringen wollen? Die Frist. Ah, das habe ich falsch verstanden. Er ist einer von denen auf der Liste, die umgebracht werden wollen, wo auch zugehören. Oh, da muss ich nochmal genau den Zettel durchlegen. Ach, das ist die Pause. Mist. War das so? Aber wer sollte mich umbringen wollen? Die Frist ist ja wohl noch nicht abgelaufen. Also könnt ihr nur jene Söldner sein, die ich selbst beauftragt habe. Ja, ja. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht durchaus. Haha. Ihr habt den Auftrag erteilt. Also doch. Aber welcher Auftrag? Was hatten wir denn alles so beauftragt? Homer runtert die Stirn und zwirbelt gerübelnd an seinem langen Bart. Alles in allem sieht dieser offenbar leicht verwirrte Alte gar nicht so gefährlich aus. Ja. Und wirft gleich mit realer Feuer um sich. Ich sehe das schon kommen. Wir kommen wegen der Assassinen. Ähm. Okay, machen wir das mal. Schließlich fährt er unbeeindruckt von eurem Fragen fort. Ach ja, brüchstöriges Graut hier. Ich hatte nach Tierbändigern gerufen. Aber wie ihr seht, habe ich das Problem schon selbst gelögt. Koruma zeigt auf die steinerne Eselstatue zu eurer Rechten. Und hebt drohend den Zeigefinger. Ha. Erst meine Taneelen abfressen. Und dann mir dann auch noch die Tür schmeißen. Vor die Tür schmeißen. Das hast du nun erfahren. Dann wendet er sich euch zu. Also, falls ihr gedenkt, euch auf meinen Rasen zu erleichtern. Blitzartig zeigt er wieder auf den Esel. Verstanden? Ähm. Ihr wolltet unsere Kartenteile? Gut, dann war da noch Projekt Zauberflöte. Also entweder hat der Trank bei den testenden Propananten nicht nur spezielle Glieder gestärkt, sondern zusätzlich einen verjüngenden Nebeneffekt gehabt. Oder ihr seid nicht die Testpersonen, welche das Vergnügen hatten, mein neues Liebeselixier zu proben. Aber was dann? Wir verkaufen jede Jacken. Projekt Krötenschelme. Oder etwa Auftrag Drachenträne. Oh ja, sagt mir, dass ihr das seid. Wobei, ihr seht zwar zum Heulen aus, aber dass auch Drachen bei eurem Anblick, naja, vielleicht weniger durch euren Geruch ad primo, eher ad secundo durch das Brennen in den Augen. Das fehlmischer Bastard. Haltet endlich die Fresse und beantwortet unsere Fragen. Das ist gut. Oh, wie unhöflich. Unzivilisiert und barbarig. Wisset jedoch, dass ich eurem Wunsch nur ungenügend entsprechen kann. Vielleicht kommt ihr ja von selbst drauf. Bei so viel Aggression in eurer Aura empfehle ich mich nun und berate euch dringlich. Bewegt euren Arsch von meinem Land oder ihr leistet dem Eselgesellschaft. Explodierend, äh, plötzlich Koruma mit beeindruckend dröhner Stimme und schlägt euch die Tür vor der Nase zu. Hinterher und keine Gefangenen. Ein paar kräftige Tritte und schon fliegt die Tür aus den Angeln. Hoffentlich hat er wirklich damit zu tun und wir waren eigentlich gerade hier, ne? Am anderen Ende des Raumes steht eine blonde Frau von vielleicht 18 Götterläufen. Ein Knabe, der etwa 8 Winter gesehen hat und Koruma, der den Knaben an der Schulter gepackt hat. Als ihr ins Zimmer stürmt, dreht der Alte sich sofort in eure Richtung und streckt euch die bloßen Handflächen mehrmals kreuzigend entgegen. Auf sieh, bevor er zaubern kann, ruft Brendel. Er stürmt vor und knallt aus vollem Lauf gegen eine unsichtbare Wand. Vom Aufprall breiten sich kleine Wellen aus wie in einem See. Und während Brendel beginnt mit wuchtigen Schlägen auf das Krachtfeld einzuhämmern, lauscht ihr Korumas Anweisung. Es ist vorbei, die Alphaner sind da. Schnell, Steven! Ah! Das ist der aus, äh, dem muss er nicht sein. Aber der heißt auch Steven aus dem dritten Teil, der Lehrling. Lauf rüber ins Feuerwerk und hol ein paar tüchtige Jungs. Aber ich bin doch Torbenmeister. Ah! Korumar, der Kraut macht jetzt, denke ich, an, äh, Drackensacken. Hieß der nicht Steven und Torben? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hießen die beiden so? Ach, ich hab keine Ahnung. Aber der hieß auch nicht, äh, Korumar, der Kraute, oder? Ach, es würde passen. Der war genauso mit Schugge im Kopf. Entschuldigung. Egal. Erik, beeil dich lieber. Der Fortifex wird nicht lange halten. Und du, Nahema, hol dein Kettenhemd. Hm? Svanja, Meister. Na, wenn du alles besser weißt, kann ich ja gehen. Also wie gelernt. Amatrots, Feuer, Gift. Und dann lassen wir die wilden Wutz vom Flock. Und dass dieser allerfahrnischen Schlagetoten vor Angst die Buchsen nass wird. Bereit, Meister? Nach wenigen Augenblicken gelingt es euch auch schon, diese Barriere zu verstören. Und ihr stürzt euch auf die Zaubermahl. Parallel. Parallel war's. Penetrisen war einfach durchgucken. Ich kam nicht drauf. Wand und Fessel. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Magier. Also wir fangen am besten mit dir an, Korumar. Wer weiß, was du für krasse Sachen raushaust. Ihr werdet auch recht resistent bei sowas sein. Deswegen einfach mal hier rüber gehen schon mal. So, du kannst recht weit gehen. Deswegen. Stürm vor. Attacke. Und du direkt hinterher. Bank und Fessel. Fehlgeschlagen. Etchibätsch. Oh oh. Banbaladin wäre natürlich schlimm, wenn die eigenen Leute uns hauen. So. Magie sollte ich gar nicht erst bei dir versuchen, glaube ich. Sehr gut. Wahrscheinlich widersteht sie, aber okay. Wir versuchen sie ein bisschen aus der Bahn zu bringen. Ah, schade. Wie ist das gehandicapt hier? Minus 5. Ja, sie haben da starke Resistenzen drin. Magie ist vielleicht nicht so ideal jetzt hier. So. Bring dich mal in Position, da du aber... Naja, dann kommst du hier hin, damit er gleich nochmal zuschlagen kann. Und los geht's. Dann würde ich sagen, soll die Truppe sich doch einfach umzingeln und zuschlagen. da sowieso jetzt alle in Angriff gehen. Äh, 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 was ist hier passiert? Was hat sie denn krass... Oh, was ist denn hier passiert? Moment. Wo sind die Sache? Stadtgardisten. Ajaha, dem gefällt gar nicht, dass wir einfach ein Haus hier gestürmt haben. Genauso sieht's aus. Ich muss dir wahrscheinlich neu laden, aber wir wollen's trotzdem mal rausfinden. Das ist natürlich nicht gut Dreck, drei Stadtgarten Verdammt Was ist denn da passiert mit der Nahema? Was hast du denn noch? Du hast sogar noch richtig viel Richtig viel hast du Und kannst gut parieren Wie es aussieht Gefällt mir alles gar nicht Okay, dann machen wir einfach mal weiter Sie ist ja sowieso Außer gefälscht Oh, stopp Da hat einer seine Waffen verloren Das ist nicht gut So, dann schauen wir doch mal Hier hast du einen Ersatz Schade, er hat natürlich auch noch So eine richtig starke Waffe verloren Und dann kann es eigentlich weitergehen Huffte Schneebel Puh, nicht gut hier Was sind das denn für Stadtgardisten Die hier noch Gift haben Ist immer noch gefesselt Oh oh, Chojin hat es auch umgenockt Hoffentlich haben sie saubere Klingen Sonst kriegen wir da noch Wund dran Heftiger Kampf Heftiger Kampf Okay Wir können ja immer noch neu laden Kukris Mengbela Einmal Zaubertrank Jede Menge Hellbaden Und Lederharniche Und natürlich unsere Berserker Orgnase Wir nehmen mal alles mit auf Zu euren Füßen liegen die Leichen von Koruma Seiner Gehilfin Svanja und fünf Kartisten Und während Ronda sich zweifelt Ob das alles notwendig war Zu jedem Einzelnen hinabbeugt Um ein Bohrungsrad zu schlagen Tritt Brendel hinzu und raus Hör auf zu jammern Wer alt werden will Lässt keine Feinde lebend hinter seinem Rücken Helfen mir lieber beim Durchsuchen der Leichen Dieser kleine junge Torben Ist noch nicht zurückgekommen Vielleicht holt er ja von irgendwoher Noch mehr Schläger Und trifft jeden Moment hier ein Meint Brendel Und wirft einen prüfenden Blick Richtung Tür Also stöbert ihr in größter Eile das Haus Zwischen verschiedenen Durch den Kampf zerstörten Paraphernalien Und zerbrochenen Tränken Entdeckt ihr auf einem Pult Einig beschriebene Zettel Scheinbar alles zusammenhanglose Notizen Zu verschiedenen Experimenten Nicht jedoch das oberste Ihr nehmt es an euch Jetzt ist es interessant Jetzt wird es interessant Als ihr fertig seid Beschließt ihr eure Spuren zu verwischen Wie der Wirt schon sagte Irgendwann führt irgendein Experiment Einmal zur Katastrophe Euch ist hierbei eine Kiste mit kleinen Fiolen In Holzwolle behilflich Die Holzwolle fängt schnell Feuer Und ihr macht euch schleunigst aus dem Staub Ab durch die Hintertür Und über die niedrige Stadtmauer Ungesehen ins bewaltete Umland der Stadt Das ist interessant Schade dass man das Haus jetzt noch so sieht Und Wie sieht das eigentlich mit den Erfahrungspunkten aus? Die, die tot sind, haben nichts bekommen, ne? So sieht's aus Die anderen dafür recht viel Äh, auch so ein Ding, warum man den Kampf eigentlich überstehen sollte Ohne dass einer ohnmächtig ist Das finde ich aber auch ein bisschen schade Dass die, die ohnmächtigsten keine Abenteuerpunkte bekommen Was haben wir denn da für eine Notiz? Dies scheint eine Bestellung zu sein Die ein gewisser M bei Kuromar aus Efferdunnen aufgegeben hat Ah, da ist jemand außer Gefecht und kann nicht lesen Der ist nur schlecht, du kannst aber wenigstens lesen Aha Okay Soviel dazu Lager aufbauen Talent anwenden Heilkunde Wunden Auf Nahema Heilkunde Wunden Ah Der ist außer Gefecht, das bringt nichts Heilkunde Wunden auf dich Klappt nicht Kannst du, obwohl du K.O. bist, eine Einbäre zu dir nehmen? Nein, kannst du nicht Okay, wir sollten rasten Das machen wir aber woanders Weil hier draußen kriegen die alle wieder Frostschäden Moment, hat der Händler nachts auf? Ist der wahrscheinlich nicht? Doch Haha, hier, schau mal Verarzt uns mal bitte Aha Hat sich gerade erholt Sowas doofes Ja, hab Dank Für nix Doch, einen hast du ja gerettet So Wo hatten wir hier nochmal eine Herberge? Ja, ein schönes Event Aber der war auch schon ganz schön verwirrt gewesen So, lies mal bitte Nahema liest euch vor Gruß euch Meister Koroma Es heißt in gewissen Kreisen, dass ihr in der Lage seid In Verschwiegenheit eine hohe Anzahl an wirksamen Elixieren und Tränken zu produzieren Daher habe ich euch ausgewählt, um für Plan X 32 Heiltränke, 35 starke Heiltränke, 42 Zaubertränke, 45 starke Zaubertränke, sowie diverse Toxine und Siebenbrandöle herzustellen So euch dies bis zum 30. Prarius des kommenden Jahres gelingt, wird es euch mit klingender Münze vergoldet Vergoldet Auf das ihr bis an euer Lebensende nicht mehr arbeiten müsst Es sei euch geraten, hierbei höchste Tüchtigkeit zu beweisen Solltet ihr mich jedoch enttäuschen oder gar die Gerichtbarkeit von diesem Auftrag erfahren Nun, ihr wisst ja selbst, wie leicht es im Hause eines Alchemisten zu unerwünschten Zerstörungen kommen kann Meine Lakaien werden euch zu entsprechender Zeit aufsuchen Okay, ich würde sagen, wir laden gleich mal neu und schauen, ob wir da irgendwie anders was machen können Aber das schauen wir uns gleich an Bis demnächst, euer Chojin